Frankfurt. Und als ich selber Network Marketing gestartet habe, da war ich noch 17 Jahre alt, war in der Schule und ich habe eines Tages für mich wirklich mir die Frage gestellt, wie es sein kann, dass Menschen Geld verdienen und dennoch frei sind, dennoch ein Leben haben. Von meinem Elternhaus her, meine Mutter ist Erzieherin, mein Vater ist Ingenieur, das heißt, das Ganze ist sehr, sehr klassisch gestartet. Ich kannte damals keinen Unternehmer, gar nichts. Und mir sagte damals meine Eltern, Mensch, wenn du erfolgreich werden willst, dann brauchst du eine gute Ausbildung, brauchst du ein gutes Studium und dann musst du entsprechend was aus deinem Leben machen. Und ich dachte damals, okay, am meisten Geld kann man vielleicht bei der Bank verdienen, da liegt es ja zumindest theoretischerweise. Und bin dann damals eben nach Frankfurt gezogen und habe begonnen, bei einer großen deutschen Bank zu arbeiten. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe es gehasst, dort zu arbeiten. Ich höre immer wieder von den Menschen, die ihren Job lieben und das freut mich für diejenigen, wo es so ist. Aber für mich war es so, ich habe es gehasst, morgens wirklich um sechs Uhr aufzustehen, um dann um Viertel vor sieben aus dem Haus zu kommen, um mich durch den Stau zu kämpfen um halb acht anzukommen, um dann entsprechend, ja, dort erst mal drei Kaffee zu trinken, um mich künstlich irgendwie wach zu halten, um dann entsprechend ja, den Tag irgendwo in Angriff zu nehmen. Und für mich war die Vorstellung, das für die nächsten 40 Jahre zu machen, wirklich absoluter Horror. Zumal es ja nicht so ist, dass man irgendwie so viel Geld kriegt, dass man sagt, komm, ich ziehe das jetzt zwei, drei Jahre durch, ja, und danach bin ich frei. Sondern wir wissen alle, so ist es nicht, sondern du kriegst gerade so viel Geld, dass du eben wiederkommen kannst, Anfang des nächsten Monats. Und für mich war das nicht meine Vorstellung von Freiheit. Und ich kannte Network Marketing schon, wie gesagt, ich habe es mit der Schule, während der Schulzeit schon kennengelernt, habe neben der Schulzeit ein bisschen was nebenbei gemacht und wusste, dass es dort die Möglichkeit gibt, bei konstant gleichbleibendem Zeiteinsatz ein immer größer währendes Einkommen aufzubauen. Und vor allem mein Einkommen, welches stabil bezahlt wird, ein Einkommen, welches passiver Natur ist. Also bedeutet ein Einkommen, wo du die Leistung einmal erbringst, wo du sie richtig erbringst, wo du was aufbaust und dann passiv oder sogenanntes residual dafür bezahlt wirst. Und das fand ich natürlich extrem spannend. Und heute habe ich mittlerweile ein Team aufgebaut von über 35.000 Leuten. Ich lebe mittlerweile auch in Dubai und habe mir wirklich meine Träume erfüllen können. Und mein Ziel oder mein Traum ist wirklich, mehr Menschen zu helfen, die auch naiv genug sind, an den Traum zu glauben, denen zu helfen, das Gleiche eben zu erreichen. Denn als ich angefangen habe, da hat mir jeder gesagt, das funktioniert nicht. Als ich angefangen habe, hat jeder gesagt, vergiss es, das kannst du eh nicht erreichen, das funktioniert sowieso nicht. Network Marketing ist überhaupt gar kein seriöses Businessmodell und all diese Sachen. Und ich war erst schockiert, weil ich dachte, wow, ich bekomme eine Möglichkeit, ich bekomme eine Chance, Billion-Dollar Company, ich kann was machen, ich bekomme alles gezeigt, habe ich vorher noch nie gesehen. Mich hat nie jemand an die Hand genommen, es ist nie irgendein Millionär in unserer Stadt, wie vorhin man hat gesagt, komm, dir helfe ich jetzt, erfolgreich zu werden. Und plötzlich war Network Marketing da und ich war sehr begeistert und habe mich eigentlich, ehrlich gesagt, von den Menschen ein bisschen schockiert irgendwo gefühlt, weil ich mir einfach dachte, wow, wie einfach die Leute eine Chance wegtun, wie einfach die Leute negativ werden. Aber dann, wenn man sagt, hey, bezahlen wir mal eine Rechnung, dann sind sie halt auch nicht da. Und deswegen, wie gesagt, an der Stelle Gratulation an euch, riesen Applaus für euch sozusagen, dass ihr heute Abend hier draus seid, dass ihr euch die Zeit nehmt, am 2. Januar wirklich zu überdenken, wo das Leben hingeht dieses Jahr und was du daraus machen kannst. Und eins ist eh klar, 2017 wird genauso schnell rumgehen wie 2016. Ich meine, für den einen oder anderen ging 2016 extrem schnell rum und das Jahr wird vorbeigehen, so oder so. Die Frage ist nur, wie stellst du die Weichen und was wirst du tun? Ich habe gerade gestern auf Facebook noch was gepostet, was mich selber wirklich in Gänsehaut versetzt hat und zwar meinen Post vom 1. Januar 2016. 1. Januar 2016 habe ich gepostet, wow, die ersten 100 Kontakte gemacht, WhatsApp-Gruppe für 90-Day-Run und so weiter und ich habe wirklich, ich erinnere mich noch, ich bin morgens um 6 Uhr aufgestanden, am 1. Januar, die meisten waren noch im Hangover und als die wach geworden sind, wieder klar geworden sind, hatten die eine WhatsApp-Message von mir. Über 100 Leute mit der Motivation, im neuen Jahr was zu machen und wenn ich mir vorstelle, was letztes Jahr passiert ist, das habe ich im Januar nicht gewusst, was passieren wird, aber dann kriege ich heute wirklich Gänsehaut und da sieht man einfach, dass Glaube, Vision, Traum und Work Ethic sich wirklich auszahlt und das wirklich so als kleines Intro für heute Abend. Wir gehen jetzt rein in die Präsentation, ich zeige euch genau, mit welcher Company ich arbeite, ich zeige euch genau, wie ich das Business aufgebaut habe, ich zeige dir vor allem, wie du es machen kannst, weil das ist ja wirklich entscheidend, aber das ist das, was heute Abend hier einfach möglich ist und deswegen, wenn du dir vielleicht ein paar Notizen machen willst oder sowas, dann kann ich das absolut nur empfehlen, denn das ist tatsächlich real die Chance für dich, dein Leben in die eigenen Hände zu nehmen und es gibt noch einen Disclaimer vorab und der Disclaimer ist folgende, natürlich ist es nicht so einfach, wie es klingt. Natürlich erfordert es Arbeit, natürlich erfordert es Hasseln, natürlich erfordert es Tage, wo es nicht so läuft, natürlich erfordert es, dass du mal eine Nacht kürzer schläfst oder auch 100 Nächte kürzer schläfst, es erfordert, dass du mal nicht auf die Party gehst, es erfordert, dass du eben investierst in deine Zukunft, aber es bedeutet, dass du ein Modell an die Hand bekommst, mit dem du selber nachhaltig erfolgreich werden kannst und das ist besser als alles, was ich sonst im Leben gesehen habe und aus diesem Grund bin ich wirklich sehr begeistert, das mit euch zu teilen und ich springe jetzt direkt rein hier in den Screenshare, springe in die Präsentation und da sind wir schon auf Daniel Feier, Business Opportunity Präsentation 2017 New Year, New You, darum geht es, dich selber neu zu definieren und ich kann dir eins sagen, ich habe eben schon gesagt, das Jahr wird sowieso vergehen, das Jahr wird sowieso passieren und ich glaube Ende des Jahres wirst du dir wünschen, du hättest heute angefangen, weil das ist meistens das. Man ist immer relativ, ja, zurückhaltend, wenn es darum geht zu starten, man ist relativ zurückhaltend darum, wenn es geht, wirklich was zu investieren, aber Fakt ist auf jeden Fall eins, einige Monate später wünscht man sich halt eben, man hätte schon angefangen und deswegen heute wirklich die Möglichkeit und auch die entsprechende Motivation Anfang des Jahres zu sagen, komm, ich mache was wirklich Großes draus und wir sprechen über nichts Geringeres als, ja, die schnellstwachsende Firma im Network Marketing derzeit und zwar Genest Global. Wir reden über eine Firma, die seit über zwei Jahren auf den Momentum Rankings international und online auf Platz eins ist, aus über 30.000 Firmen. Ein Unternehmen, welches 2009, und zwar am 9. 9. 2009 gegründet wurde. Von diesen Menschen hier, Randy Ray, Wendy Lewis und Scott Lewis und witzigerweise sind alle drei gerade hier in dem Hotel heute, ja, also wer sie mal kennenlernen möchte, einfach jetzt ins Grauweiläa kommen, nach Maui, Hawaii und ihr könnt die Herrschaften kennenlernen. Wir hatten gestern Frühstück mit ihnen und es ist, wie soll ich sagen, für jemanden, der sie jetzt nicht kennt, also es geht im Prinzip darum, guck mal, Randy und Wendy sind beide schon über 70, okay, und beide sind extrem erfolgreiche Unternehmer. Beide hatten viele, viele Firmen im Laufen ihres Lebens, unter anderem eine Softwarefirma, eine Hardwarefirma, eine Medical Device, also eine Medizingerätefirma, ein Programmierunternehmen, welches viele Jahre her für die NASA gearbeitet hat und vor den letzten zehn Jahren ungefähr für Network-Marketing-Unternehmen geschrieben hat und Softwares programmiert hat, Marketingpläne programmiert hat und so weiter und Randy und Wendy haben drei Unternehmen verkauft, die in der Inc. 500 sind. Für die, die Ihnen das nicht sagst, Inc. 500 sind die 500 schnellstwachsenden Unternehmen der USA und drei davon haben sie komplett zu 100% gehalten und verkauft und dann könnt ihr euch vorstellen, dass man dann vielleicht finanziell nicht mehr ganz so wirklich viele Sorgen hat und deswegen ist eigentlich das auch ein guter Startpunkt, um die Geschichte von Jess zu erzählen, denn Fakt ist, dieses Unternehmen wurde nicht gegründet, weil Randy und Wendy sich gesagt haben, hey, wir müssen jetzt echt mal Geld verdienen, sondern die hatten halt eben schon einige Millionen auf dem Konto und der Hintergrund war ein ganz anderes, sind eigentlich zufällig darauf gestoßen, dieses Unternehmen zu gründen und zwar hat Randy sehr, sehr starke Knieprobleme bekommen. Man kann sich vielleicht vorstellen, wieso, aber unabhängig davon, also Randy hat Knieprobleme bekommen und hat entsprechend, ja, bei verschiedenen Ärzten entsprechend nach Rat gefragt und die Empfehlung war ganz klar, er braucht eine OP und Randy hat gesagt, er will aber keine OP haben, er will nicht, er will nicht ein künstliches Kniegelenk haben, sondern er möchte natürlich gerne irgendwie mit den Originalbauteilen weiterkommen und er hat dann gesucht nach alternativen Lösungen und hat diesen Herrn kennengelernt, Dr. Nathan Newman. So, Dr. Nathan Newman ist jemand, der weltweit führende Experte ist im Bereich der Stammzellentechnologie. So, Stammzellentechnologie ist etwas, was extrem faszinierend ist und ein ganz, ganz neuer Bereich der wissenschaftlichen Seite und zwar geht es darum, Stammzellen sind die Zellen in deinem Körper, die alles bauen, die Hautzellen, Knochenzellen, Körperzellen, alles letzten Endes bauen und er ist weltweit bekannt mit einem, ja, Treatment, mit einer Behandlung, die nennt sich Stem Cell Lift. Das bedeutet, er macht eine Fettabsaugung beim Patienten und isoliert die Fettzellen aus, sorry, die Stammzellen aus dem Fettgewebe und gibt ihnen Nährstoffe zum Wachsen und nimmt dann diese Nährstoffe und injiziert sie sozusagen, sorry, diese Stammzellen und injiziert sie sozusagen zum Beispiel in dem Fall in das Knie von Randy und er war dadurch in der Lage, diese Knie-OP von Randy über sieben Jahre zu verzögern und das ist eben so die ganze Geschichte und als Randy und Wendy bei dem Treatment waren, die diese Klinik ist in Beverly Hills in L.A. Und dann haben sie ein kleines Serum gesehen. Dieses Serum nennt sich Luminous Serum heute und dieses Serum beinhaltet sogenannte Wachstumsfaktoren von Stammzellen. Das bedeutet also die Moleküle, die dein Körper verwendet, um Signale an die Stammzellen zu geben. Das bedeutet also, und ich möchte euch das ganz kurz anschaulich erklären, damit ihr versteht, welche, ja wirklich durchschlagende Technologie wie hier am Start haben, mit der du dein Business aufbauen kannst und zwar folgendes. Stell dir vor, du hast eine Wunde, also sagen wir mal, du schneidest dich jetzt und dann passiert folgendes, das blutet im Idealfall, wenn du lebendig bist, so und dann passiert folgendes, weiße Blutkörbchen kommen und stoppen die Blutung. So, und dann gibt es da eine Kruste sozusagen. Und dann passiert als nächstes folgendes, Stammzellen bekommen die Signale, hey, oh, wir haben hier eine Notsituation, wir müssen den Körper reparieren. Und dann kommen die Stammzellen und die Stammzellen bilden einfach neue Hautzellen, komplett neue Hautzellen. Und irgendwann, einige Wochen später, ist es weg. Und wenn du Glück hast, sogar ohne Narbe, das heißt nicht sichtbar. Also das heißt, ganz neue, nagelneue Haut ist entstanden. So, und der witzige ist, dass wenn man sich mit Menschen unterhält, die sich im Bereich Kosmetik gut auskennen, die auch mit sehr hochpreisiger Kosmetik arbeiten und man einfach darüber spricht und sagt, okay, wie sieht es aus zum Thema Erneuerung von Stammzellen? Funktioniert sowas? Sorry, Erneuerung von Hautzellen funktioniert sowas? Und dann sagt eigentlich jeder, naja, wirklich funktioniert es nicht. Weil selbst wenn du wirklich richtig teure Kosmetik kaufst und so weiter, da sind super Nährstoffe drin, Inhaltsstoffe, Vitamine, Kräuter, guter Geruch, Feuchtigkeit. Aber letzten Endes ist es ja deine bestehende Haut und die hat ein bestehendes Alter, eine bestehende DNA-Struktur mit bestehenden DNA-Schäden und so weiter und so fort. Und all das sind Dinge, die, ja sagen wir mal, nicht sofort irgendwie dafür sorgen können, dass alles aufgenommen wird und komplett sich alles verändert. Und Stammzellen sind das Einzige, die wirklich in der Lage sind, diese Hautstruktur zu verändern. Und der lange Rede kurzer Sinn, dieses Serum, wenn du es aufträgst, bringt eben diese Signale an deine Stammzellen, die kommen und die ersetzen deine Hautzellen. Und es ist mittlerweile klinisch bewiesen, dass innerhalb von sieben Wochen über 63 Prozent aller Zellen erneuert werden. Und das ist natürlich ein medizinischer Effekt, aber auch ein kosmetischer Effekt, der so in der Form wirklich absolut außergewöhnlich ist. Und die letzte Frage, die bleibt, ist, warum macht der Körper denn das nicht von alleine? Und die Antwort ist ganz einfach, es ist keine Notsituation. Wenn dir was nicht gefällt an deinem Gesicht, an einer Falte oder an einer Pore oder an irgendetwas oder an deinem Arm oder sonst was, dein Körper interessiert das nur dann, wenn es wirklich lebensnotwendig ist, sprich, wenn es eine Blutung ist oder sonst was, dann kommt der Körper und repariert. Aber alles andere nicht. Und hier hast du die Chance, wirklich zu steuern. Und Wendy hat das ausprobiert damals, war absolut fasziniert von dem Ergebnis. Ich zeige euch auch selber gleich noch ein paar Bilder. Und sie hat gesagt, wow, wie viele von diesen Serien verkaufst du tatsächlich? Und Nächsten nun und sagte, naja, ungefähr 40 Stück im Monat an die Patienten, die halt hier in die Klinik kommen. Da sagte sie, was hältst du davon, wenn wir 40.000 davon verkaufen würden? Und er hat gesagt, ja, super, aber wie sollen wir denn das machen? Und dann hat sie gesagt, gib uns die Formel, wir bauen die Firma und so wurde Genest Global gestartet. Und heute ist diese Company in über 150 Ländern mit Versand weltweit. Wir haben Niederlassungen in über 37 Ländern. Es ist ein globales Businessmodell, eine globale Businessplattform geworden, mit der du dein Business aufbauen kannst und zwar heute von zu Hause aus. Die Umsatzentwicklung ist etwas, was es so in der Form im Network Marketing noch nie gegeben hat. Brachiale Technologie auf dem Bereich Stammzellentechnologie, wie gesagt, macht es möglich mit echten Resultaten, wo Leute, wenn sie Produkte sehen, einfach immer weiter kaufen, weil es einfach absolut der absolute Wahnsinn ist. Und wir sehen hier, erstes Jahr waren 30 Millionen Dollar Umsatz, dann 65, dann 127, dann 256, 4,18, 1,1 Milliarden letztes Jahr. Durchbruch, schnellste Umsatzmilliarde in der Geschichte des Network Marketings und dann plötzlich dieses Jahr ein neuer Rekord. Die Zahlen werden kürz veröffentlicht, aber ich kann euch nur sagen, wir sind mehr als eine halbe Milliarde, eine halbe Milliarde über dem Rekord vom letzten Jahr. Und das ist, denke ich, eine Geschichte, wo man sagen muss, einfach nur unbelievable. Und das ist wirklich eine ganz, ganz, ja, ganz, ganz unglaubliche Situation. Und auch hier natürlich, es war ja fast schon vorherzusehen, schon erst auch hier gelistet in der schnellstwachsenden Liste aller Unternehmen in den USA und als einziges Network Marketing Unternehmen geführt. und das ist natürlich für dich auch ein Totschlagargument, weil wenn Leute sagen, Mensch, ja, aber Network Marketing ist überhaupt ein richtiges Geschäft, kann man überhaupt Geld verdienen? Dann sag ich es einfach, guck mal, die 500 schnellstwachsenden Firmen der ganzen USA, es gibt ein Network Marketing Unternehmen, was da drin ist und das ist Genest Global. Und diese Liste findest du online, es ist ein Magazin, das kannst du auch kaufen. Und das gibt natürlich unglaublich Kredibilität. Und hier ist das Mission Statement. Und das Mission Statement finde ich wichtig, weil das im Grunde beschreibt, worum es geht. Ich bin sicher, es gibt heute Abend Leute darauf, die sagen, aber worum geht es denn eigentlich? Was muss ich denn machen? Ich komme sofort darauf und das werde ich euch dann jetzt direkt sagen. Und zwar geht es darum, dass die Genest-Familie einen positiven Einfluss auf der Welt erschafft, indem sie den Menschen aber hilft, jünger auszusehen und sich jünger zu fühlen, während wir uns gleichzeitig einander bei unterstützen, unter volles Potenzial zu entfalten. Also, ganz konkret, unsere Produktlösungen sind in einem System organisiert und das nennt sich, yes, das Youth Enhancement System, Jugendverbesserungssystem. Es ist eine Reihe an Produktpaletten, die genau das machen. Die helfen, jünger auszusehen und fitter zu sein, gesünder zu sein. So, ganz ehrlich, wer will das? Wer will jünger aussehen, besser aussehen, fitter sein, sich besser fühlen, gesünder sein? Ich glaube, jeder. Und das ist genau der Punkt. Unsere Zielgruppe sind wirklich 100 Prozent aller Menschen. Und gerade auch, wenn man wirklich Leute kennt, die jetzt vielleicht nicht in erster Linie sagen, oh, ich will ein Business aufbauen, dann möchten die aber trotzdem, guess what? Jünger aussehen, besser aussehen, sich fitter fühlen, gesünder sein und entsprechend mehr Energie haben und das sind alles Dinge, wo wir oder du ab sofort den Menschen damit helfen kannst. Und das macht mich wirklich absolut stolz. Und es gibt in diesem Business zwei verschiedene Einkommenswege im Groben. Das eine ist, du kannst selber diese Produkte zum Einkaufspreis einkaufen, nach dieser Präsentation heute Abend, dich selber verwenden, radikale Ergebnisse haben und sie mit Freunden, Verwandten, Bekannten teilen. Du kannst sie online verkaufen und du hast eine Marge von zwischen 30 und 40 Prozent an jedem Produkt. Die zweite Möglichkeit, die du hast, ist, du kannst ein Netzwerk aufbauen, ein Netzwerk aus Menschen, an denen du sozusagen beteiligt bist. Und das ist eben die zweite Geschichte, aber da kommen wir gleich mal ganz in Ruhe drauf. Ich möchte jetzt erstmal einsteigen in die Produktpalette, um dir da ein paar mehr Informationen zu geben, wie das Ganze hier tatsächlich funktioniert. Und wir starten mit der Luminous-Linie. Die Luminous-Linie ist eine Produktserie, die ursprünglich aus diesem Serum entstanden ist. Ihr seht es auch hier vorne rechts, das zweite Produkt von rechts ist das Serum, von dem ich gesprochen habe, mit dem damals die Firma überhaupt gestartet wurde. Und heute gibt es natürlich eine komplette Reihe an Produkten, die dadurch ergänzt wurde. Es gibt ein Tagescreme, eine Nachtcreme, es gibt eine Bodylotion, eine Maske mit Instant-Lifting-Effekt und es gibt auch einen Reiniger, weiß nicht, wie ich schon gesagt habe, auf jeden Fall all diese Produkte, sowie einen Skin-Brightener. Der Skin-Brightener ist ein extrem faszinierendes Produkt und das neueste Produkt. Das trägst du auf und es sorgt dafür, dass die Pigmente in deiner Haut ausgeglichen in der Haustruktur verteilt werden. Das bedeutet, also es gibt ja viele Leute, die haben Pigment-Probleme oder Hyperpigmentation nennt man das auch. Oder auch, selbst wenn man jetzt keine wirklich starken Probleme hat, gibt es Leute, die haben einfach nicht eine komplett ebene Hautfarbe, eine Hautton ist nicht eben komplett. Es gibt ein bisschen hellere Stellen, ein bisschen dunklere. Und wenn du das aufträgst, dann wird es halt komplett in einem Ton und sieht halt echt unglaublich sexy aus, sozusagen. Also das Produkt funktioniert wirklich und ist derzeit das meistverkaufste Produkt, was wir von unserer Luminess-Serie haben. Und wie ich am Anfang bereits erwähnte, in den Produkten sind über 200 Wachstumsfaktoren drin. So, nochmal Erinnerung, was ist das? Das sind die Moleküle, die im Körper die Signale an die Stammzellen geben und zu sagen, hey, komm hierhin, hier gibt es Arbeit zu tun, erneuere für Jünge, regeneriere. Und genau das passiert hier. Wir haben klinische Studien, die das Ganze belegen, beweisen und natürlich Bilder. Denn Bilder sagen mehr als tausend Worte und das sind alles Bilder von Menschen, die ich persönlich kenne. Wir haben unten links zum Beispiel auch im Bereich der Heilung, das sind natürlich Stammzellen ganz weit vorne. Man hat zum Beispiel hier, haben wir eine Armbeuge, die wir sehen, wo Neurodermitis das Problem war und nach über 13 Jahren wurde das Serum aufgetragen, gerade mal drei Wochen und schon klare Verbesserungen nach zwei Monaten komplett weg. Und das ist natürlich eine Geschichte, die ist sensationell bei Akne, Demostreifen oder aber hier und das ist meine persönliche Favorite Story, weil es meine persönliche Kundin ist aus Dubai, die Joanne. Joanne auf der linken Seite ist, wie man vielleicht erkennen kann, eine Emirates Airlines Flugbegleiterin und sie hat wirklich sehr, sehr starke Probleme mit ihrer Haut gehabt. Wirklich hübsches Mädel, aber ja, wirklich Probleme mit der Haut und sie ist auf die komplette Serie gegangen, das heißt Reiniger, Tagescreme, Nachtcreme und vor allem das Serum und nach ungefähr zwei bis drei Monaten ist sie halt wirklich komplett, also die Haut ist komplett rein feinporig, sieht einfach aus wie eine Porzellanpuppe und das ist halt echt fantastisch. Und das sind Ergebnisse, die möglich sind mit diesem Produkt oder Produktreihe. So, dann geht's weiter, haben wir noch ein weiteres Produkt von außen und zwar sogenanntes Instantly Ageless. Wir leben ja in einer Instant-Generation, in einer Generation, wo jeder alles sofort haben will. Wir haben Instant Messaging und Instant Coffee und eben halt jetzt auch Instantly Ageless. Das bedeutet, ja, sofort alterslos auf Deutsch, Instantly Ageless und wir sehen hier Ergebnisse mal von Instantly Ageless, ein Produkt, das trägst du auf und was innerhalb von 60 Sekunden seine Wirkung entfaltet. Wer es nicht glaubt, geht einfach mal bitte auf YouTube, da könnt ihr eingeben Instantly Ageless Live Demo und dort findet ihr ganz, ganz viele Videos, wo ihr euch selber den Effekt anschauen könnt. Wir waren mit Instantly Ageless in Funk und Fernsehen unterwegs. Die ganze Welt berichtet von Instantly Ageless. Wir haben Millionen von Views auf unseren Seiten, auf unseren Videos und das ist natürlich für dich wirklich ja der Schlüssel zur Tür, der dann das Geschäft öffnet, denn die Wahrheit ist, die Leute sind mega begeistert, wenn es um das Thema sofortige Resultate geht und dann fragen sie sich aber natürlich, hey, wie kann ich denn dauerhaft was verändern? Denn dieser Effekt, der ist mehr als beeindruckend, hält aber nur sechs bis sieben Stunden, weil das Ganze letzten Endes ein Peptid ist, was die Muskulatur entspannt, Falten sind weg und nach sechs bis sieben Stunden hat die Haut das verarbeitet und da kommt es eben wieder zurück und dann kommt das entsprechende Thema, Leute fragen, was kann ich jetzt machen und jetzt kommt natürlich das, was wirklich unser bestes Produkt ist und das ist nämlich die Luminous Serie, die ich euch eben schon erklärt habe. So, dann geht es weiter im Bereich Innen. Wenn man seine Haut verbessern möchte und schöner aussehen möchte, jünger aussehen möchte und aber auch wenn man gesünder sein will, mehr Energie haben will, dann ist es wichtig, was man in seinen Körper rein tut, sozusagen ja, also was man isst, was man aufnimmt, was der Körper auf Ernährstoffen bekommt und hier hat Genesse verschiedene Produkte, die von innen wirken. Das erste ist ein Produkt, das wir Reserve nennen. Reserve ist eine antioxidative Fruchtmischung, also antioxidative Fruchtmischung bedeutet mit anderen Worten etwas, was du zu dir nimmst und in jedem Fall ist es so, dass wir hier Inhaltsstoffe haben, die da kombiniert sind in diesem Produkt. Das heißt, wir haben zum Beispiel Alu-Vera, brauche ich euch gar nicht erzählen, ist regenerierend, heilend im Körper. Wir haben Acai, die höchste antioxidative Dichte in der Welt an allen Früchten. Wir haben außerdem grüner Tee. Wir haben außerdem, was haben wir noch denn da drin, Granatapfel zum Beispiel, alle Bitterstoffe, die zum Beispiel ja letzten Endes im Körper sehr sehr gesund sind und das Wichtigste ist, der Name Reserve kommt von Resveratrol. So, Resveratrol ist letzten Endes ein Inhaltsstoff, den man auch in der Traube findet. Zum Beispiel, wenn du Rotwein trinkst. Wir alle wissen ja, dass Franzosen weniger Herzinfarkt haben, weil sie eben ab und zu Rotwein trinken und das liegt daran, dass in diesem Resveratrol sozusagen Inhaltsstoffe drin sind, die in unserem Körper sehr sehr viel Positives tun und das kannst du selber mal googeln. Und zwar, wenn du einfach mal eingibst, Harvard Universität, eine der renommiertesten Universitäten der Welt, Harvard Universität und Resveratrol, dann findest du eine Studie mit über 115 verschiedenen Fortzügen im menschlichen Körper, unter anderem die Langlebigkeit, unter anderem die Entgiftung, unter anderem der Sauerstofftransport im Körper, die Venen, Arterien, die sich weiten und gesünder sind und flexibel sind. Alles Dinge, die letzten Endes hier massiv dem Körper gut tun. Und du hast es hier und ich hab's auch hier übrigens live, also das Ganze ist extrem einfach, du machst das einfach auf, ja, zack, ich nimm das immer jeden Tag, drei, vier Mal und trinkst es halt. Schmeckt extrem lecker, ist so eine Gelform, wird direkt aufgenommen und fantastisch, so. Das ist unser Reserve. Übrigens meistverkauftes Produkt der Welt. Kann man auch in die Handtasche packen oder in die Hosentasche, je nachdem, ob du Frau oder Mann bist und jo. Dann haben wir ein Produkt, das nennt sich Finity. Finity ist ein Produkt, welches etwas macht, was wirklich unglaublich abgefahren ist und zwar, es verjüngt dich auf einer zellulären Ebene. Das heißt, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass deine DNA im Laufe der Jahre, in denen du alterst sozusagen, immer mehr an Information verliert. Da gibt es sogenannte Telomere, das sind die Endkapsel der DNA, die werden immer weniger und Finity macht nichts anderes, als das Enzym zu aktivieren, die das wieder repariert. Das Ganze ist bekannt aus der ariuridischen Ernährung. Es gibt ein weltweites Patent darauf. Wir sind die einzige Firma, die das weltweit vertreiben kann und Telomerase-Aktivatoren, sogenannte Telomerase-Aktivatoren, werden mittlerweile sogar in der Krebsforschung verwendet. Also mega spannendes Thema und hier wirklich etwas, was massiv gesund ist für deinen Körper und was dich aber vor allem jünger macht. Und das ist es, was viele Menschen wollen. Das heißt tatsächlich, auf einem zellulären Level. So, dann haben wir AM, PM. AM, PM steht auch hier vorne auf meinem Nachttisch. AM, PM ist etwas, was ist etwas, genau, ist etwas, was du morgens und abends zu dir nimmst. AM nimmst du morgens, PM nimmst du abends. Es gibt die Energie, PM lässt dich schlafen, hat Inhaltsstoffe, mehr Inhaltsstoffe als über 130 verschiedene sozusagen auf dem Label. Du musst es komplett aufmachen und abrollen, damit du überhaupt alles lesen kannst. Wir haben mal eine Untersuchung gemacht, man bräuchte 30 verschiedene Nahrungsergänzungen, um alles das einzupacken, was in einem Produkt drin ist. Da kann ich dir wirklich nur sagen, probiere es mal aus. Der Typ, der AM, PM, sagen wir mal, hauptverantwortlich entwickelt hat, nennt sich Dr. Vincent Giampapa. Er ist weltweit nominiert worden für zwei Nobelpreise im Bereich des Anti-Aging. Er arbeitet zusammen mit Dr. Stephen Hawkins. Den beiden ist es gelungen, eine menschliche Stammzelle vom Alter von 80 Jahren nur durch die Zuführung von Mikronährstoffen auf 30 Jahre zu reduzieren. Und diese Technologie, dieses Verständnis von der zellulären Ernährung ist in diesem Produkt drin. AM, PM. Dann haben wir Zen. ZenBody ist ein Weight Loss & Workout Programm. Etwas, was direkt die Fettzellen in deinem Körper angeht, die Fettzellen auflöst, die Gifte abführt, probiotische Inhaltsstoffe, die deine Verdauung verbessern und anregen. Wir haben Kapseln, die den Heißhunger reduzieren, den Metabolismus stärken, hochwertige Proteine, die deine Muskulatur aufbauen, sowie vorverdaute Proteine, nämlich sogenannte Aminosäuren, die wir auch hier haben, die letzten Endes direkt in Muskulatur gehen. Und viele Leute fragen immer, wie kann denn das sein, dass das gleiche Programm für die Person ist, die abnehmen will, Gewicht reduzieren will und die Person, die einfach sportlich fit sein möchte. Wie kann das sein? Naja, die Antwort ist ganz einfach. Wir alle wollen das Gleiche. Was wollen wir? Wir wollen das Fett verlieren und die Muskulatur aufbauen. Ja, das ist alles. Fett verlieren, Muskulatur stärken, darum geht es und das will jeder und deswegen kann auch jeder das gleiche Programm verwenden. Und ja, das waren unsere Produkte. Wenn da nicht noch eine Sache wäre, wo ich dich ganz kurz noch zeigen möchte, und zwar unser Energy Drink. Wir haben einen Energy Drink, von dem ich mir übrigens wünschen würde, ich ihn gerade hier hätte, in der Arbeit, aber den konnte ich leider nicht mit dem Flieger nehmen, weil es einfach zu schwer ist, aber vielleicht gibt es ja heute oder morgen von Genestia einiges an Energy Drinks. In jedem Fall haben wir mittlerweile mehr als nur die zwei Geschmacksrichtungen, die ihr seht, sondern vier Stück. Es gibt Mixed Berry, Acai, es gibt, also Mixed Berry ist eins, Acai, Grape ist das andere, dann gibt es Lemon Ginger, Zitrone, Ingwer und dann gibt es noch Mango. Und es streiten sich alle darüber, was ist das, was am besten schmeckt. Und es gibt keinen Favoriten, es gibt verschiedene Lager, die einen gehen voll auf Mango, die anderen gehen auf Lemon Ginger und es ist nicht schlecht. Also ich habe aber wirklich noch keinen Trend wirklich erkennen können. In jedem Fall schmeckt super, voll mit B-Vitamin und ja, wirklich keinerlei Zuckerzusätze, keinerlei Künstliche Nährstoffe und so weiter und so fort. Und das ist die Produktpalette von Genestia. Und ich möchte euch jetzt, und ich hoffe, ihr seid noch aufmerksam, weil ich weiß, das Webinar hat natürlich viele Informationen, aber lassen wir dieses ganze Thema Produkte jetzt mal ganz kurz sacken. Nehmt das mal ganz kurz auf. Ja, das heißt, Produkte von außen, Produkte von innen, Produkte, die da helfen, dass du besser aussiehst, jünger aussiehst, dass du dich besser fühlst, dass dein Körper regenerieren kann. Also das, was in der Basis wirklich für jeden Menschen jeden Tag entscheidend ist. Und es gibt noch was anderes. Und zwar, wenn wir den Switch machen zum Thema Business. Ich weiß ja nicht, ob der eine oder andere heute hier drauf sagt, er möchte sein Leben verändern, er möchte Geld verdienen. Egal, ob es 300, 400, 500 Euro nebenbei sind oder ob es ist wirklich ein paar tausend Euro oder ob es irgendwann vielleicht der Traum ist, dein Jahreseinkommen zu deinem Monatseinkommen zu machen. Das ist so das, was für mich passiert ist und noch viel mehr. Und die Sache ist einfach die, ihr müsst immer eins nicht vergessen, die Leute benutzen ja die Produkte schon. Und das ist genau das, was hier den Unterschied macht. Schau mal, wie viele Menschen kennst du die ab und zu Energydrinks trinken? Jeder. Wie viele Leute kennst du, die ab und zu mal im Fitnessstudio sind und dort eventuell mal einen Shake zu sich nehmen? Viele. Wie viele Leute kennst du, die überhaupt im allgemeinen Nahrungsergänzung zu sich nehmen? Bestimmt 70% aller Menschen. Wie viele Leute kennst du, die irgendeine Kosmetik verwenden? Alle. Bisschen spezifischer. Eine Tagescreme. Klar, sogar Männer haben irgendeine Creme da stehen. Ja, oder ein Reiniger. Wer wäscht sich ab und zu mal? Ja, wenn man zu den Frauen geht, wenn man die fragt, Serum, Maske, Nachtcreme. Klar, haben die alles. Geben die Hunderte oder auch Tausend von Euros dafür aus. Je nachdem, wie viel Geld da ist. Und genau das ist das, was wir hier machen mit Genesse. Wir haben Produkte, die sozusagen das Konsumverhalten shiften. Was wir machen, wir sagen den Leuten etwas auf. Benutz zu Ende, was du bis Wertdatum nutzt und kaufst ab sofort bei uns. Denn du findest hier Nobelpreistechnologien, Produkten, Stammzellentechnologien, weltweit patentierte Sachen, definitiv bessere Produkte mit besseren Resultaten, als was du sonst kaufst. Und dieses Geld läuft in unser System rein und damit kannst du Geld verdienen. Und das nicht zu knapp, denn die Firma hat, und ihr wisst es ja, letztes Jahr 1,1 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Über eine halbe Milliarde davon wurde ausgeschüttet. Allein letztes Jahr an den Vertrieb, wie du, also wie dich und mich sozusagen. Und deswegen sind wir hier bei Genesse wirklich ganz, ganz weit vorne als Vertriebspartner. Und das ist die Chance, die ich dir hier einfach vorstellen möchte. Und ich meine ganz im Ernst, mein Ziel ist noch nicht mal, dich zu überzeugen. Ich bin einfach nur selber begeistert. Und ich teile die Begeisterung. Und ich suche Menschen, die an das glauben, was ich glaube, die was machen wollen aus ihrem Leben. Denn genau das ist das, was wir hier jeden Tag tun. Und es gibt einfach immer wieder Leute, die fragen, wie kann man denn damit so viel Geld verdienen? Und ich sage euch wie. Normale Firmen nutzen traditionelles Marketing. Das heißt, die geben jeden Tag Millionen für Werbung aus. Werbung im Fernsehen, in der Zeitung, Werbung in den Geschäften. Und es gibt eine riesengroße Kette des Vertriebes. Bedeutet, es gibt einen Exporteur und es gibt einen Importeur. Es gibt einen Großhandel, einen Einzelhandel, eine Verkäufer, eine Verkaufsperson. Es gibt irgendein Zettelchen, was bei dir im Briefkasten liegt, was du ungeöffnet wegwirfst. Und es gibt Modelverträge, Fußballclubs oder Starsverträge im Stadion und Sonstiges. Und alles das kostet Geld ohne Ende. Und dieses Geld zahlen am Ende wir. Wir als Verbraucher, die im Endeffekt das Produkt kaufen. So, was wir im Network Marketing machen, ist der Unterschied, wir geben gar kein Geld in Werbung aus. Wir behalten das Geld und zahlen es an dich. So, wer bist du? Du bist die Person, die selber die Produkte nimmt, sprich unser Kunde ist und dann entsprechend diese Waren weiterempfehlt. Ganz einfach, das ist, was du ihnen jeden Tag machst. Wer war schon mal im Kino, hat es weiterempfohlen. Alle. Wer war schon im Restaurant, hat es weiterempfohlen. Jeder. Welche Frau hier hat schon mal neues Make-up verwendet und alle Freunden haben gefragt, was hast du für ein Make-up? Oder ein neuer Friseur oder sonst was. Wir empfehlen doch die ganze Zeit Waren und Dienstleistungen weiter. Nur werden wir normalerweise nicht dafür bezahlt. Am Ende des Monats ruft nicht das Cinemax an und sagt, hey, vielen Dank dafür, dass Sie acht Leute empfohlen haben, in den neuen Film zu kommen. Ja, und hier ist Ihre Abrechnung. Das passiert einfach nicht. Und das Ganze, wir machen übrigens, wir machen die Werbung für alle Unternehmen. Überleg mal ganz kurz, wer kennt Uber als Beispiel? Ich bin ja ein riesen Uber-Fan, ja, weil es einfach ein neuer, gigantischer Ansatz ist. Aber wer hat denn Uber groß gemacht? Ja, du und ich. Menschen wie du und ich, die diese App weiterempfehlen. Falls du es kennst, Uber ist ein Taxi, Service, der mittlerweile in Deutschland verboten ist, weil wenn er erlaubt wäre, wäre die Taxi-Industrie Platz. Und deswegen wurde es einfach verboten, aber trotzdem vom Ansatz, milliardenschweres Unternehmen heute, nur, weil Menschen wie du und ich, Leuten gesagt haben, hey, benutze doch die App und haben es weiterempfohlen. Uber hat kein Geld in Werbung investiert. Und das Ganze ist natürlich echt absolut effektiv. Und hier im Network Marketing bist du jetzt am Drucker. Hier im Network Marketing bei Genest sitzt du jetzt in der Marktverteilungsphase hier und sagst, wow, du kannst hier wirklich dein Business aufbauen und Geld verdienen. Erster Punkt, Direktverkauf. Habe ich euch eben schon erklärt. Du kannst Produkte einkaufen, verkaufen, verdienst zwischen 30 und 40 Prozent relativ einfach. Du kriegst auch von uns eine Webseite. Eine eigene Verkaufswebseite, die du direkt, wenn du möchtest, innerhalb der nächsten 15 Minuten freigeschaltet bekommen kannst. Das heißt, du kannst heute Abend noch mit deinem Business starten hier bei Genest. Und das ist das, was ich echt faszinierend finde. Und dann geht es natürlich um den Aufbau einer Organisation. Kunden finden ist eine Sache. Ich selber habe immer eine Handvoll, zwei Hände voll Kunden, Menschen, die einfach die Produkte kaufen, weil die kein Geschäft machen, aber die Produkte halt benutzen, weil sie sie gut finden. Aber, sag ich mal, was dich hier wirklich reich machen kann, um es mal wirklich so auszudrücken, ist natürlich nicht, zehn Kunden aufzubauen, sondern wenn du tausend Menschen hast, die alle zehn Kunden aufbauen, dann kannst du natürlich richtig, 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 richtig viel Geld verdienen. Und vor allem, wenn du tausend Menschen in deinem Team hast, dann ist es auch nicht wirklich wichtig, was du selber machst, weil du hast tausend Menschen in deinem Team, die nicht alle zur gleichen Zeit im Urlaub fahren oder nicht alle zur gleichen Zeit nichts machen oder sowas. Und dann entwickelt dein Business ein Eigenleben und das möchte ich dir jetzt erklären, wie du das aufbauen kannst hier in den letzten 15 Minuten unseres Webinars heute. Denn das ist jetzt tatsächlich, was ich denke, wenn es um das Thema Network Marketing geht, der wichtigste Teil. So, und wir gehen dazu einfach mal rein und zwar stellen wir uns mal Folgendes vor. Du startest heute hier und ich sage dir gleich, es sind einfache fünf Steps, die dieses Business aufbauen. Der erste Step ist, dass du dich registrierst. Sprich, du brauchst eine ID-Nummer, damit du überhaupt starten kannst. Die zweite Sache ist die, dass du natürlich Produkte brauchst. Denn no products, no business. Und wir haben verschiedene Pakete. Du siehst die hier, Supreme-Paket, Jumbo-Paket, Ambassador-Paket und so weiter, wo du selber dich mit registrieren kannst und deine ersten eigenen Produkte bestellst. Und wie das immer so ist, wenn du selbstständig bist oder dein eigenes Business hast, du bestellst die Produkte bei deinem Großhändler und sozusagen ist Janess dein Großhändler und du bekommst von Anfang an supplementierte oder wie nennt man das so schön, discountete Produkte, also sprich günstigere Produkte und die kannst du kaufen. Mein Tipp, aber sprech dann nochmal mit der Person, die dich heute hier eingeladen hat. Also das ist wirklich noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Dieses Webinar heute hier, ja, was hunderte und hunderte von Teilnehmern hat, die jetzt gerade in dieser Sekunde live sind, wurde ja beworben von vielen, vielen, vielen Partnern. Und bitte melde dich unbedingt bei der Person, die dich hier eingeladen hat. Also die Person, die dich hier eingeladen hat, auf das Webinar, ja, melde dich bei dieser Person, wenn du online eine Werbung gesehen haben solltest von diesem Webinar, da melde dich bei der Person, über die du die Werbung gesehen hast, schreib der Person einfach auf dem Profil oder wo auch immer, sag, hey, ich habe das Webinar gesehen. Wenn du es direkt von mir gesehen hast, noch besser, schreib mir, wie auch immer, schreib der Person, die dich eingeladen hat, ganz, ganz wichtig und frag sie, sag, hey, wie bist du gestartet, welches Paket hast du genommen, wie möchtest du anfangen und registriere dich und in der Regel ist es wirklich so, dass die Person selber wahrscheinlich eine gute Entscheidung getroffen hat und ich selber bin damals mit dem größten Paket gestartet, einfach aus Prinzip, weil ich sage, wenn ich ein großes Business aufbauen will, dann kann ich nicht klein starten, auch klar. Es gibt aber unser sogenanntes Probierpaket, das nennt sich Ambassador-Paket, da kannst du für weniger, für weniger als 1.000 Euro dein Business starten, netto und das Ganze ist natürlich faszinierend, denn welches Business kannst du denn schon für 1.000 Euro starten? Ich verstehe, der eine oder andere sagt manchmal, wow, 1.000 Euro ist viel Geld, aber ganz ehrlich, wenn deine Reifen platzen oder dein Auto kaputt ist oder sonst was, dann wirst du es auch reparieren. Wir alle haben schon 1.000 Euro ausgegeben für, für was? Party, Urlaub, Klamotten, die uns heute nicht mehr passen, Geschenke an Menschen, die wir nicht mehr sehen wollen, also das Ding ist, wir geben unser Geld sowieso aus die ganze Zeit, aber was ich dich frage, ist einfach zum ersten Mal wirklich Geld, in dich zu investieren, in deine Zukunft, in dein Business und deswegen kann man hier, wie gesagt, schon ab 1.000 Euro mit einem Ambassador-Paket starten, ich selber bin mit einem größeren Paket gestartet, ich habe knapp 3.000 Euro investiert, aber das kannst du selber entscheiden, es gibt verschiedene Pakete, wie du das machst, so in jedem Fall, es geht es los, wenn du dich registrierst, hast du deine Produkte auf dem Weg, bekommst deine Position und diese Position, die du hast, zum Beispiel hier oben, die hat die Möglichkeit, sowohl links als auch rechts, weitere Partner zu registrieren und das musst du dir jetzt ganz kurz mal vor dem geistigen Auge mal ganz kurz aufholen, also du startest und du registrierst zwei Freunde, einen links, einen rechts, dieses Webinar zum Beispiel, was wir gerade machen, zeichne ich auf, das heißt mit anderen Worten, ich kann dir das weiterleiten oder aber du kannst auch auf eines unserer Live-Termine gehen, die wir in ganz Deutschland über 36 Standorten haben, auch Österreich und Schweiz, du kannst da hingehen, du kannst Leute mitnehmen, du kannst unsere Videos verwenden, unsere E-Mails, Bereihe-Konferenzen, Zoom-Calls, alles drum und dran, das wir permanent machen, um dieses Business zu zeigen und du registrierst einen Partner links und einen rechts von dir und diese Person registriert einen Partner links und rechts und diese Person registriert einen links und rechts und diese registriert einen links und rechts und guess what, du hast wahrscheinlich mehr als zwei Leute, das heißt du registrierst einen dritten drunter und einen vierten und einen fünften und einen sechsten und einen siebten und die machen das Gleiche und wenn man jetzt ein bisschen Arbeit investiert und den Leuten hilft und mit denen eine Beziehung aufbaut, mit denen spricht, den Leuten unterstützt, Ziele setzt, gemeinsam Präsentationen macht, Meetings macht, den Leuten hilft, die Auszubildnung, machen das ja alle schon, du kannst einfach mitmachen, dann entwickelt sich daraus natürlich eine riesengroße Organisation und ganz ehrlich, wer hier im Raum hat, zwei Freunde. Überleg mal, wenn jeder hier heute, der jetzt gerade online ist, nur jetzt gerade mal eben ein Webinar von Hunderten und Tausenden, welches wir dieses Jahr machen während unserem Team, nur dieses eine Ort Abend, wenn jeder hier sagt, komm, ich schreibe jetzt zwei Leute ein und wir treffen uns in zwei Stunden wieder online, dann sind wir tausend Mann auf diesem Webinar. Tausend Mann in zwei Stunden und das ist die Power von Network Marketing und das will ich dir erklären. Da möchte ich, dass du dir wirklich ganz kurz mal die Augen veröffnest, was das für dein Leben und für dein Einkommen bedeuten kann und jetzt ist es im Prinzip ganz einfach, das wird alles ganz technisch abgerechnet, das kannst du dir genau durchlesen, ich will dich heute Abend nicht verwirren, aber der Weg, wie es funktioniert, ist relativ leicht. Alle Produkte haben Punkte, diese Punkte sind international gleich, das heißt, wenn du jemanden einschreibst, der jemanden einschreibt in Japan, Japan, genau, in Japan meine ich, dann kannst du letzten Endes die Leute einfach registrieren, wir haben zum Beispiel so eine App, ja, hier, J-Mobile heißt die, jetzt kann ich mich hier autorisieren mit meinem Fingerprint, zack, kommen wir hier rein und jetzt kann ich einfach Folgendes machen, ich gehe auf die Menüleiste hier oben links und klicke auf neuen Partner hinzufügen, neue Partner hinzufügen, dann komme ich auf die Registrierungsseite und dann wähle ich einfach aus Land und dann mache ich Japan, bam, Englisch, let's go, trage die Daten ein und das Produkt wird zu ihm nach Japan geschickt, von Japan aus oder natürlich in Deutschland oder sonst was und so kannst du internationalen Business aufbauen und jedes Mal, wenn jemand eine Ware bestellt, egal ob es ein Serum ist, ein Reiniger oder ein komplettes Paket am Anfang, diese Punkte dafür gehen in deinen Baum rein und wenn du rechts und links Punkte hast, gibt es Provisionen. Immer wenn du 300 Punkte auf einer Seite hast, 600 auf der anderen gibt es 35 Dollar und das wiederholt sich so oft du willst und das einzige Limit, was es gibt, ist das, was hier links steht. 750 Teamprovisionen, das sind sogenannte Cycles, ist das Maximum. Das heißt, maximal könntest du 26.250 Dollar verdienen pro Woche plus alle anderen Einkommenswege, die es noch gibt aus diesem Weg. Aber wenn man sich ein bisschen einschränkt, kommt man damit auch in der Woche in Deutschland, glaube ich, um die Runden und ich habe selber jetzt nach über sechs Jahren Businessaufbau und nach über 18 Monaten Genest, bin also letztes Jahr im Mai zu Genest dazugekommen. Ich war vor bei einer anderen Firma, Genest hat unsere Firma gekauft, ich bin in Genest-Einkommen und ich habe jetzt letzten Monats zum ersten Mal geschafft, das hier auch zu erreichen, dass man wirklich sagt, okay, wow, das ist das Limit. Also es geht, man kann es erreichen und ich weiß immer, wenn ich irgendwas erreiche, kommen danach Hunderte, die mir folgen und die es dann auch erreichen und dann geht es auch immer über die Leute, die mich überholen und da freue ich mich natürlich immer drauf, wie kein Zweiter dich kennst, du die Person bist und dann gibt es eine riesen internationale Karriere, die hier vor dir steht, wenn du willst. Ich meine, du musst nicht, schau, das ist das Ding. Es gibt viele unterschiedliche Motivationen, warum du heute hier dabei bist. Der eine sagt, Mensch, wenn ich 200 Euro mehr hätte im Monat, könnte ich mir eine größere Wohnung leisten. Wenn ich 300 Euro mehr hätte im Monat, könnte ich mir vielleicht schon fast mein Traumort holen. Wenn ich 1000 Euro mehr hätte, wow, dann würde ich mir echt überlegen, ob ich nur halbtags arbeite. Wenn ich 2000 Euro verdienen würde, dann würde ich meinem Chef erst mal kündigen. So habe ich es damals gemacht, bei der Bank. Ich bin reingelaufen und gesagt, also Herr Stein hieß der, hallo Herr Stein, also ganz ehrlich, das lohnt sich nicht zu kommen, ich bin mal raus. Das war ein geiles Gefühl, das war ein gutes Gefühl und ich habe seitdem nie wieder für irgendwen gearbeitet und es ist möglich, liebe Freunde, es ist möglich und ich bin einfach hier da, um euch zu helfen, zu supporten. Wir haben ein gigantisches Team in Deutschland. Viele, viele, viele Leader, teilweise einige sind auch heute Abend hier drauf. Ein riesengroßes Team. Wir machen jetzt Ende Januar unser Kick-Off-Event in Karlsruhe. Da sind über zweieinhalbtausend Menschen für registriert, für dieses Event. Es wird sensationell werden und wir schulen euch in zwei Tagen alle Tipps und Tricks, wie man mit diesem Business starten kann und erfolgreich werden kann. Und ich wünsche mir einfach, dass du dein Ziel des und deine Karriere hier entwickelst und alles das erreichst, was du wirklich erreichen willst und dass du vor allem auch unsere Lifestyle-Incentives mitnehmen kannst. Lifestyle-Incentives, ja, wie wir sie gerade heute hier haben. Wie gesagt, ich bin auf Maui, Hawaii und für die, die spät zugeschaltet haben, ich zeige euch auch hier nochmal die Aussicht an der Stelle zum Abschluss unseres Webinars. Ja, wir haben hier wirklich eine wunderbare Aussicht, die müsstet ihr gleich auch sehen können, genau hier, in Maui, in Hawaii und das Ganze und das ist vielleicht das, was man jetzt noch ein bisschen besser verstehen kann, nachdem ich euch das Webinar erklärt habe, ist komplett bezahlt vom Unternehmen, ist komplett bezahlt von Jeunesse Global. Wir sind hier mit, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, ich glaube 200 Leuten oder sowas, die hier sind und die hier diese Reise mitnehmen und es ist halt eben alles, ja, nicht nur bezahlt, sondern auch die Firma selbst ist da. Wir machen verschiedene Adventures, wir machen aber auch verschiedene Business Meetings, dass wir gemeinsam hier Dinge planen und das ist genauso, wie ich leben will. Ich habe früher immer gesagt, ich will kein Geschäft haben oder keinen Job haben, für den ich mein ganzes Leben für anpassen muss, dass ich diesen Job ausführen kann, sondern ich will ein Business haben, welches meinen Lifestyle sofort, ein Business, wo ich selber entscheiden kann, wo ich bin, wann ich da bin, mit wem ich arbeite, wen ich reinhole in mein Business und wen nicht, wo ich einen Laptop und ein Handy brauche und mein Business ist online. Ganz im Ernst, wir liegen unten am Strand und tragen Leute ein oder machen Dreierkonferenzen oder sowas und ein wachsendes Team und das ist wirklich ein absoluter Traum. Freunde von mir hat letzte Woche noch gesagt, Dennis, ganz ehrlich, Network Marketing ist der perfekte Beruf. Es ist das geilste Leben, was man sich vorstellen kann. Man kann selber entscheiden und es gibt keine Limits und genau mit diesen Worten möchte ich euch heute Abend wirklich einladen, die Entscheidung zu treffen, hier mit dabei zu sein. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Dinge, die du hier tun kannst, aber das Wichtigste ist das hier. Wähle das richtige Produktpaket aus und schaffe die Basis für dein Geschäft. Überzeug dich selbst, indem du die Produkte selber ausprobierst. Du brauchst nicht einfach alles mir glauben, sondern kauf dir ein Paket, benutze es selber. Wie gesagt, meine starke Empfehlung, wenn du ein großes Business aufbauen willst, starte nicht kleiner als das Ambassador-Paket. Das Ambassador-Paket sollte das absolute Minimum sein. Für die, die ein bisschen größer starten können, Ambassador Variety oder sogar das Größte sind natürlich so die Top-Favoriten. Und dann, ja, mach im Prinzip folgendes, hier haben wir übrigens das Ambassador-Ganz-Kurs, was ich gerade erwähnt habe. Wie gesagt, 914 Euro, günstiger geht es nicht. Notlösung haben wir hier noch eins für 457. Wie gesagt, die Person, die dich eingeladen hat, kann dir das genau erklären. Und mein ganz, ganz starker Tipp ist einfach nur der, entscheide dich, mit dabei zu sein. Tu was Verrücktes. Nimm das Jahr 2017 und mach was anders. Schau, wenn du dieses Jahr jeden Tag was für dein Geschäft tust und wir uns heute in einem Jahr widersprechen, dann ist vielleicht noch nicht alles wahr geworden, was du dir vorstellst. Dann bist du vielleicht noch nicht Einkommensmillionär geworden. Aber was passiert, wenn du 365 Tage Energie, Zeit und Arbeit in ein Business-Modell steckst? Jeden Tag ein Modell, was geprüft ist, was international funktioniert, was du für dich machst, aber nicht alleine bist, weil ein komplettes Team da ist. Du wirst gigantische Kilometer weit sein, wie das, wo du heute stehst. Und dazu möchte ich dich einladen, mit dabei zu sein. Wir sind hier an dieser Stelle mit dem Webinar am Ende. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Ich hoffe, dass ich dir einiges an Informationen geben konnte, die dich selber weiterbringen. Ich habe selber mein Business nur mit diesem Business-Modell aufgebaut, mit Network Marketing. Kein Geheimnis, kein Shortcut, nichts anderes, sondern einfach nur das. Ich habe mich registriert, habe das größte Paket gekauft, habe meine monatliche Aktivierung gemacht, meinen Autoship angestellt und habe mir meine ersten Leute gesucht. Ich habe 100 Leute angerufen, 34 sind vorbei, gekommen, haben sich angeguckt, sieben haben sich registriert. Mit den sieben habe ich mich hingesetzt, habe ich gesagt, was machen wir jetzt daraus? Wir haben alle uns die Hand gegeben und gesagt, lasst uns ernsthaft aufbauen. Wir haben uns dann jeden Tag getroffen, die nächsten 100 Tage, jeden Tag und haben alle Menschen, die wir finden konnten, eingeladen, haben denen die Informationen geschickt, wenn sie interessiert waren, haben wir sie im Raum geholt, haben das Business gezeigt, haben uns gegenseitig alles beigebracht. Wir haben es auch nicht besser gewusst. Es gibt heute ganz viel Support, den wir damals nicht gehabt. Und wenn du hier startest, das wäre auch noch eine gute Sache, es gibt immer einen Profi bei uns im Business, der für dich dein erstes Meeting macht. Das heißt, alles, was du machen musst, ist die ersten Leute einladen und dein erstes Meeting wird quasi für dich gemacht. Das ist der Deal, das du lädst ein, wir erklären, wie einfach kann man sein Geschäft eigentlich aufbauen. Deswegen, treffe die Entscheidung, melde dich jetzt bei der Person, die dich eingeladen hat, hier zu diesem Webinar. Und wenn du Fragen hast, wir sind erreichbar, melde dich einfach, schreib uns, stell deine Fragen und starte mit demjenigen, der dich hier auf dem Webinar heute Abend promotet hat. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, viele Grüße aus Mauri, bis dahin, der Daniel, ciao, ciao. Vielen Dank.